Die Salzburger G bietet erstmals Sommerroboter-Camps für Kids und Jugendliche. Die Salzburger G fördert digitale Kompetenz bereits bei Kindern und Jugendlichen vom 23. Juli bis 10. August 2018 bietet das Unternehmen in Kooperation mit AlphaZone erstmals mehrere einwöchige Roboter-Camps an. Ziel der Camps ist es, Informatik greifbar zu machen, das Interesse der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wecken und gleichzeitig Eltern in der Kinderbetreuung im Sommer sinnvoll zu unterstützen. Die Anmeldung läuft noch bis zum 31. Mai 2018 und das Roboter-Camp ist übrigens Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms.